Vor 400 Jahren ist die Ausdiener, die Ausdienerfrauerei in Grün geboren, von Ausdienermünchen. Das war damals zu Wolf-Dippetix-Zeiten. Heute ist die Form der Firma eine offene Arbeitsassistent. Dabei ist die Hälfte der Stiftmitte Bayern. Heute kommt von 20% der Doktor Kina von der Studiebrauerei und die anderen 25% die Frau Barth auf Barth. Wie weiß ich, ob der Junge übernommen hat? Am Südl. Am Südl. Ja, aus Bayern. Das heißt. Und wir sind in der Studiebrauerei ca. 10 Teils. Und wir produzieren im Jahr gute 20.000 Objekte mit der Bieder. Momentan. Jedes Jahr haben wir jetzt eine traditionelle Steigerung. Wir produzieren ganzjähriges Merzenbier. In der Hochwurzeit, November, Dezember. Und wir haben gesagt, wir fassen Zeit das Wasserbier. Ja, unser Bier wird ausgeschenkt und einsteiget zum größten Teil. Aber auch einige Hürde haben wir jetzt. Und die Gebinde sind Hulzwasser. Jedes Jahr hat Hex und Flosche. Ja. Ja. Ja.